willkommen zu diesem video im folgenden sind fünf lernfragen über die organisationseinheiten in sap vorbereitet dadurch kann bereits bestehendes wissen aufgefrischt werden und im besten fall auch neues aufgebaut viel spaß und los geht's frage nummer 1 was ist die kleinste rechtliche selbstständig bilanzierende einheit in einem sap erp system antwort der buchungsgeist kommen wir nun zur frage 2 was ist die allgemeinste organisatorische beziehungsweise auch technische einheit in einem sap erp system die antwort lautet ein mandant frage nummer drei kann ein sap erp system nur einen oder mehrere mandanten beinhalten die antwort lautet es kann mehrere mandanten beinhalten in einem mandanten kann genau ein buchungsgeist definiert werden ist diese frage korrekt oder falsch die antwort lautet falsch es sind auch mehrere buchungskreise in einem mandanten möglich als beispiel tochtergesellschaft kommen wir nun zur letzten frage nenne die fünf organisationseinheiten des vertriebs hier hätten wir den buchungskreis vertriebsbereich das werk der lagerort und zu guter letzt die versandstelle falls ihr fragen dazu habt hinterlasst mir bitte ein kommentar ich freue mich wenn ihr meinen kanal abonniert tschüss und bis bald